Herzlich Willkommen zu deinem heutigen Freitagsimpuls. Heute geht es um 5 Erfolgsschlüssel, die gar kein Talent benötigen. Talent legt die Höhe des Bodens fest. Charakter die Höhe der Decke. Der Charakter wiederum ruht auf der Persönlichkeit und nicht auf Talenten. Ich möchte dir heute 5 Erfolgsschlüssel verraten, die garantiert kein Talent benötigen und die du sofort einsetzen kannst. Nummer 1, Erfolgsschlüssel Nummer 1 ist das Mindset. Deine Haltung bestimmt deine Handlung. Nummer 2, deine Lernbereitschaft. Sei stets neugierig, offen und hör niemals auf, Dinge zu hinterfragen und dazuzulernen. Nummer 3, dein Zeitmanagement. Setze konsequent Prioritäten und kümmere dich um die Dinge, die dich tatsächlich voranbringen und die wirklich wichtig sind und nicht nur um die dringlichen Themen. Oder vermeintlich dringlichen Themen, wie ich mir so gern sage. Nummer 4, Herangehensweise. Planung ist wichtig, aber auch das richtige Umfeld für dich. Die richtigen Werkzeuge, deine Disziplin und deine Geduld vor allen Dingen auch. Und Nummer 5, der Erfolgsschlüssel ist die Extrameile. Geh die Extrameile, wo immer sie sinnvoll ist und dich wirklich auf deinem Weg voranbringt. Worauf also warten? Deshalb mein Denkanstoß zum heutigen Freitag für dich. Nehme dir eine Checkliste vor und reflektiere einmal nur für dich, welche dieser 5 Erfolgsschlüssel du bereits aktiv nutzt. Dann weißt du auch, worin dein nächster Wachstumsschritt besteht. Also, auf geht's, mach was draus. Geh die Extrameile, wo immer sie sinnvoll ist.